Wir sind jetzt Louis Mayer von MRC Laufen, neu bei MRC Laufen. Du warst letztes Jahr noch bei MRC Reinfelden. Was waren deine Gründe für diesen Wechsel? Einerseits ein grosser Kader. Die Leute, die auch noch gekommen sind bei MRC Reinfelden. Dass es hier ziemlich eng geworden wäre. Andererseits sicher mal eine neue Herausforderung, die ich gesucht habe. Eine neue Verantwortung übernehme. Anderes Spielsystem. Mal schauen, was dabei kommt. Es ist prinzipiell immer schwierig in ein neues Team zu starten. Mir ist der Start ziemlich gut gelungen. Von diesem an sehe ich den Wechsel positiv. Wie ist dein Wohlbefinden hier im Laufen? So was du bis jetzt erlebt hast? Ja, sehr gut. Wir haben eine gute Stimmung in der Garderobe. Ich bin super gut aufgenommen worden von allen anderen Spielern. Die meisten kennen mich sowieso schon. Meistens als Gegner, als ekligen Spieler. Darum hatte ich am Anfang ein wenig Angst gehabt. Dass ich vielleicht eins oder andere mal im Training drunter komme. Aber es sind alle herzlich zu mir. Haben mich sehr gut aufgenommen. Von daher ist mein Wohlbefinden absolut stimmig. Was ist dein eigenes Ziel bei mir zu laufen? Sind das andere Ziele als bei Reinfelden? Oder einfach immer die gleichen? Egal wo du spielst. Ja, die gleichen prinzipiell. Sicher. Ich will immer auf dem Top-Niveau spielen. Ich will immer alles geben. Egal für welches Team. Prinzipiell hat sich das Ganze schon etwas verändert. Durch das, dass ich jetzt eine ganz andere Rolle habe. Wie bei Reinfelden. Muss ich hier auch andere Verantwortung übernehmen. Und durch das sind meine Ziele etwas anders. Ich will mehr Verantwortung übernehmen. Ich will grundsätzlich weiterhin sicher Goals schiessen. Aber die Grundzüge sind immer noch gleich. Merci vielmals. Und viel Glück am Samstag beim Sessor Start. Merci vielmals.